Herzlich willkommen zu diesem Video der etwas besonderen Art, nämlich das erste Sponsored Video auf diesem Channel. Und einige unter euch werden sich vielleicht bei dem Wort Sponsored Video oder Sponsored Content erstmal Gedanken machen und ein bisschen zweifeln. Deswegen habe ich extra ein separates Video gemacht, in dem ich erkläre, was ich genau mit Sponsored Content meine und was es genau bedeutet für den Last Breach Channel. Das Video findet ihr in der Videobeschreibung, da ist ein Link dazu oder ihr könnt einfach hier oben auf den Link klicken. Heute möchte ich Engineside vorstellen, ein Cyber Security Monitoring Tool und weil es recht umfangreich ist, werden das zwei Videos werden. Aber ich brauche jetzt nicht groß vorgreifen, ich erkläre eh alles gleich im Detail. Viel Spaß. Ja, heute möchte ich Engineside, wie gesagt, vorstellen, eine All-in-One Cyber Security Monitoring Lösung. Und Monitoring heißt hier nicht nur Server Monitoring, sondern wirklich auch Security Monitoring. Also es geht darum, das eigene Netzwerk oder auch den eigenen Perimeter von außen oder von innen zu überwachen und festzustellen, wenn da irgendwas schief läuft. Die Idee fand ich sehr interessant und ich habe mir das auch schon ein bisschen angeschaut und werde jetzt heute einfach mal ein bisschen durchgehen. Es werden zwei Videos werden, einfach weil es vom Umfang her sehr groß ist und ich da einfach mir genug Zeit dafür nehmen wollte. So, wir schauen mal ganz erst hier auf Login. Da kommen wir auf die Anmeldeseite und die können wir uns gleich mal hier ranpinnen. Wer noch keinen Account hat, kann sich ganz einfach kostenlos einen registrieren. Okay, dann kommt jetzt so ein Capture, den muss ich schnell machen. So, wunderbar. Kostenlos registrieren. Das heißt, man kann hier wirklich ohne groß erstmal durch welche Reifen springen zu müssen, sich einfach einen Account machen, was ich persönlich immer sehr angenehm finde, weil ich so ein Tool dann einfach mal ausprobieren kann. Wenn ich die Preisinformationen richtig im Kopf habe, die können sich natürlich auch über Zeit ändern, ist es so, dass man eine eingeschränkte Version danach quasi für so einen symbolischen Preis von, ich glaube, 10 Euro im Jahr oder so weiterverwenden kann. Das ist so eine Art, ich sage mal, fast schon Community Edition sozusagen. Ich gehe aber jetzt heute und auch in dem nächsten Video durch alle Funktionen, also sowohl die, die in der günstigen Variante mit drin sind, als auch die, die in der Enterprise Variante drin sind. So, wir haben hier ganz normalen Namen, E-Mail-Adresse, Organisation, Telefon, da wir dann sicherlich auch Sales-Personal irgendwann Kontakt aufnehmen, fragen, wie die Evaluierung läuft, das übliche Prozedere. Ich habe das alles schon gemacht, deswegen können wir uns hier einfach mal anmelden und das ist jetzt die Cloud-Version. Es gibt auch eine On-Premise-Version und die habe ich tatsächlich auch getestet. Die Leute von EngineSite waren da so freundlich und haben mir eine Testlizenz dafür zur Verfügung gestellt und mir auch geholfen, dieses ganze Ding zu installieren. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier durch die Cloud-Version durch und dann schauen wir uns den Rest in der On-Premise-Variante an, weil ich da wesentlich mehr schon getestet habe und auch mein CTF-Lab schon ein bisschen integriert habe. So, ich habe hier noch 13 Tage Testzeitraum. Gehen wir mal hier jetzt durch, starten, mal schauen, was da passiert. Pläne. Ah, okay, da sehen wir dann die Preisinformationen, wie das eigentlich alles ausschaut und hier ist dieses EngineSite Go, perfekt für Einsteiger. Das ist das, was ich im Endeffekt gesagt habe, diese 10 Euro jährliche Zahlweise und hier haben wir knapp 27 Euro pro Monat. Allerdings muss man da dazu sagen, das fand ich ein bisschen verwirrend am Anfang, weil ich mir dachte, 27 Euro pro Monat für so ein Monitoring-Tool ist ja eigentlich geschenkt. Das ist tatsächlich pro Host, der überwacht wird. Wie gesagt, es gibt auch eine On-Premise-Seite. Wer also nicht seine Informationen in der Cloud speichern möchte, sondern es alles On-Premise behalten möchte, das ist möglich. So, wir gehen jetzt aber gar nicht zu sehr auf die Preise ein, sondern gehen nochmal hier auf das Dashboard und das ist so ein bisschen die Übersicht, wenn dann alles konfiguriert und eingerichtet ist. Da brauche ich jetzt noch nicht weiter drauf eingehen, weil es noch nicht viel zu sehen gibt. Aber ein Punkt, den ich persönlich als Serviceleister, als Pentester sehr interessant finde, ist, das ganze Ding ist Multitenant fähig. Das heißt, ich kann hier auch andere Organisationen hinzufügen und dann quasi zwischen den Ansichten hin und her springen. Finde ich persönlich, ist immer ganz nett, wenn man sowas hat. Ein Punkt, der mir von Anfang an ins Auge gesprungen ist, ist, wir haben keine Alarme definiert. Ich habe auch aktuell noch keine Haus drin, insofern ist es natürlich sinnvoll, aber zu dem Punkt werden wir nochmal zurückkommen. Auf der linken Seite sehen wir das Menü, da haben wir hier Aktivitäten, da ist jetzt noch nicht viel passiert. Das ist einfach so ein Audit-Log, was dann eigentlich alles in dem Tool gemacht wurde. Wir haben ein Asset-Operation-Center, da sehen wir jetzt noch nichts, weil wir noch keine Assets haben. Aber das wäre quasi so unsere strategische Übersicht, wie geht es eigentlich der Infrastruktur und Partner-Operation-Center. Das wäre dann die Übersicht über alle Organisationen. Wir können ja auch noch Dashboards erstellen und Richtlinien erstellen. Da ist dann zum Beispiel definiert, was auf einem Host konfiguriert werden muss. Und mit Listen können wir diese Richtlinien dann quasi sammeln nach Gruppen für zum Beispiel Hosts oder Geräte. So, Issues. Da ist natürlich jetzt auch noch nichts, weil wir, wie gesagt, keine Hosts haben. Deswegen gehen wir da dann alles nochmal durch. Aber jetzt möchte ich einmal kurz zeigen, wie ein Host eigentlich hinzugefügt wird. Wir werden heute in dem Video uns hauptsächlich hier bei den Hosts aufhalten. Es gibt noch weitere Punkte wie Endpunkte. Es gibt noch Observations. Es gibt Penetrationstests. Ein Punkt, der für mich sehr interessant ist, ist quasi so ein, ich sage mal, automatisierter Light-Pen-Test. Und es gibt Discoveries. Da werden wir definitiv auch noch einen Blick reinwerfen. Alarme. Im Endeffekt hier nochmal die Übersicht mit mehr Detail. Und natürlich Einstellungen. Jetzt fügen wir mal einen Server-Host hinzu. Und das ist eigentlich ganz leicht gemacht. Wir kriegen hier einfach diesen Befehl, der quasi das Installations-Skript herunterlädt und das dann ausführt. Das muss mit Sulu-Rechten, also mit Root-Rechten ausgeführt werden. Das kann man auch hier mit automatischer Installation machen. Dann werden sämtliche Agreements automatisch akzeptiert, etc. Und das Ganze geht für Linux und auch für Windows. Da funktioniert das dann in PowerShell. Wir werden jetzt mal einen Linux installieren. Dazu muss ich jetzt kurz per SSH auf einen Server. Dann nehmen wir jetzt mal aus dem CTF-Lab den Datenbank-Server. Den habe ich nämlich meines Wissens noch nirgendwo angeschlossen. Und genau, Zwischenablage ist es kopiert. Dann können wir das hier einfach einfügen. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Curl wurde nicht gefunden und Sudo wurde nicht gefunden. Dann installieren wir die beiden mal ganz schnell. Probieren wir das nochmal. Da werden die Binarys heruntergeladen. Da wird der Agent registriert. Integrity-Check gibt es auch. Und dann schauen wir mal hier. Setup-Service. Awesome. You have installed our Agent. Das heißt, wir haben jetzt für diesen Server, der bei mir im Test-Lab installiert ist und läuft, den Agent installiert. Und der sollte dann hier auch auftauchen. Da ist er auch tatsächlich schon. Wenn man zu lange braucht mit der Installation, ist mir aufgefallen, muss man die Seite neu laden, weil er es dann irgendwie nicht registriert, wann der Client kommt. Da bin ich bei mir erstmal ein bisschen drauf reingefallen. Aber grundsätzlich, finde ich, läuft die Installation sehr unproblematisch ab. Das war jetzt ein Server-Host. Die sind von der Lizenzierung anders als die Client-Hosts. Sind aber aus technischer Sicht, soweit ich weiß, die gleichen Binarys, zumindest aktuell noch. So, hier haben wir jetzt unseren Datenbank-Server. Er erkennt automatisch, das ist ein DBN10. Er sagt uns auch, welche Pulsar-Version, also welche Agent-Version ist. Und er hat schon angefangen, hier Sicherheitslücken zu finden, Dienste zu überprüfen, schauen, ob irgendwelche Issues, also irgendwelche Probleme vorhanden sind. Und hier generell mit dem Netzwerk-Monitoring anzufangen. Das heißt, wir klicken erstmal drauf und schauen uns den ein bisschen an. Hier haben wir die Live-Übersicht. Da kommt quasi jetzt Stück für Stück rein, was wir so an Daten eigentlich haben zu diesem Server, was da so gesammelt wird. Da haben wir CPU, RAM und Swap, also die Standardsachen, Festplatten-Auslastung. Hier sind Handlungsempfehlungen, das sind quasi so die Konfigurationen und die Empfehlungen, um Sicherheitslücken zu schließen. Da haben wir zum Beispiel hier haufenweise Updates, die ausstehen und davon sind 31 kritisch. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Hier haben wir noch Netzwerkkarten und Sensoren. Das ist die Standard-Übersicht für unseren Host. Hier oben sehen wir auch noch Sicherheitslücken und Updates. Schauen wir mal hier auf die Sicherheitslücken. Dann springen wir da links runter. Und dann sagt er uns aufgrund von unserem aktuellen Patchstand, welche Schwachstellen er gefunden hat. Das heißt, dieses System muss definitiv gepatcht werden. Gehen wir mal von oben durch. Wir haben hier die Übersicht. Wir haben Issues. Da ist noch nichts drin, weil wir, wenn wir nochmal aufs Dashboard zurückgehen, hier keine Alarme definiert haben. Das heißt, wenn ich einen Alarm möchte, muss ich hier erstmal losgehen und sagen, okay, für welche Attribute brauche ich denn überhaupt einen Alarm? Also es wird nicht, wie bei vielen Monitoring-Systemen von Anfang an, erstmal einen Haufen von Alerts einem entgegengeschmissen, sondern man baut sich hier tatsächlich Stück für Stück alles auf. Wir können hier zum Beispiel sagen, okay, ausschließlich für diesen Server. Oder wir können sagen, alle mit dem Tab Linux zum Beispiel und dem Tag Server. Da wollen wir, dass es einen Alarm gibt, wenn ein bestimmter Dienst nicht ausgeführt wird. Mal schauen, welchen wir da nehmen können. Der erste Syslog-Service. Der muss auf jeden Fall laufen. Alarm, wenn Syslog nicht läuft. So, zum Beispiel. So, dann können wir definieren. Benachrichtigungen. Ja, der soll auf jeden Fall benachrichtigt werden. Da muss ich dann drum kümmern. Der arme Hund. So, da könnten wir noch Webhooks einrichten. Das finde ich sehr interessant. Wenn quasi ein Alarm geschaltet wird, könnten wir damit auf die API von einem externen Dienst zugreifen und den quasi informieren und dort einen Prozess anstoßen. Und hier haben wir noch ein paar weitere Einstellungen. Der Alarm ist aktiv. Wir sollen benachrichten, wenn der Alarm ausgelöst wird. Die Verantwortlichen natürlich immer informieren. Und hier noch, das ist Information, Warnung oder kritischer Zustand. Machen wir jetzt mal eine Warnung draus. Dann haben wir hier Alarm hinzufügen. Und damit haben wir unseren ersten Alarm eingerichtet. Dieser Alarm läuft jetzt gerade natürlich nicht, weil jetzt aktuell noch alles funktioniert. Wir können aber gerne mal testen und dazu gehe ich zurück unter Hosts nochmal in den Host rein. Und hier kann ich nämlich gleich noch was anderes zeigen. Wir gehen mal hier unter Dienste und hier kann ich tatsächlich die Dienste von dem Host, auf dem der Agent installiert ist, direkt verwalten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sehen, ist das System relevant. Das sind sie aktuell alle. Der erste Syslog-Dienst, der wird automatisch gestartet. Der läuft auch aktuell. Da könnte ich jetzt einen Quick-Alarm mir einrichten. Also im Endeffekt hier auch nochmal einen Alarm setzen. Aber wir haben ja schon einen Alarm. Deswegen möchte ich den jetzt einfach mal stoppen. Und damit ich den stoppen kann, muss ich dieses Gerät erstmal authentifizieren. Ich kann sagen, dieses Gerät ist vertrauenswürdig. Das würde ich gern für 30 Tage aufheben. Aber hier brauche ich einen Code, den ich eingeben kann. Und den muss ich kurz aus meiner E-Mail fischen. Code anfordern. Wurde erfolger hier erstellt. Und das ist der Code. Verifizieren. Damit habe ich quasi so eine, sagen wir mal, Pseudo-Zwei-Faktor-Authentifizierung. Weil es natürlich kein zweiter Faktor in dem Sinn ist. Es ist nur, in Anführungsstrichen, mein E-Mail-Account. Aber wir sehen, der ist jetzt gestoppt. Und wir könnten ihn jetzt hier wieder starten. Das will ich jetzt gerade aber gar nicht. Ich will jetzt erstmal schauen, ob wir hier tatsächlich einen Alarm bekommen. Nach einem Reload der Seite sehe ich jetzt auch, Start und Stoppt. Und der ist hier ganz oben aufgelistet. Und wir sehen jetzt hier auch unter Issues, wir haben einen Alert. Den können wir uns ganz kurz anschauen. Und da sehen wir, Datenbank-Server-Alarm, wenn Syslog nicht läuft. Der ist hier quasi angeschlagen. Szenario, Dienst wird nicht ausgeführt. Gestoppt der Service, erst Syslog.Service. Erkannt am 01.01.21. Und natürlich haben wir dazu auch einen Alert per E-Mail bekommen. Der sieht dann beispielsweise so aus. Alles relativ simpel, aber aus meiner Sicht auch ausreichend effektiv, um genau das zu tun, was es tun soll. Zurück zu dem Host. Neben den Alerts gibt es hier nämlich noch einiges mehr. Schauen wir nochmal in den Host selber direkt rein. Wir haben jetzt hier ein Issue. Das können wir eigentlich auch gleich wieder resolven. Schauen wir mal. Ja, bestätigt ist es. Das wissen wir, dass es ein Problem ist. Und hier können wir einfach wieder reingehen und den Dienst neu starten. Und dann sollte auch dieses Issue mit der Zeit wieder verschwinden. So. Gehen wir mal auf den nächsten Punkt, Metriken. Und hier ist tatsächlich einer der Punkte, die ich ein bisschen schräg finde. Das lässt sich vielleicht noch optimieren. Grundsätzlich gefällt mir aber schon mal die Übersicht von den ganzen Metriken, die man standardmäßig bekommt. Und auch hier bei den Metriken kann ich mir jeweils einen Alarm setzen lassen. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Alarm geben möchte, wenn der freie Speicherplatz unter 10% zum Beispiel fällt. Oder solche Späße. Was ich hier etwas komisch finde in der Tat, ist, dass diese Ansicht sich nicht automatisch quasi real-time aktualisiert. Ich muss hier oben auf Aktualisieren drücken, um eine neue Information zu bekommen. Ich kann den Live-Modus einschalten. Der verwirft aber quasi alle Informationen, die schon da waren. Ist kein großes Problem. Finde ich, wäre aber schicker, wenn ich quasi einfach hier automatisch immer die Live-Daten reinbekommen würde. Ist aber ein eher kleines Manko an der Stelle. Es gibt Custom-Metriken. Das heißt, diese Informationen kann ich mir durch zusätzliche Stats noch erweitern. Da sehen wir hier jetzt noch nichts, weil wir dafür erstmal eigene Checks anlegen müssten. Das zeige ich dann aber in der On-Premise-Version. Da habe ich nämlich schon ein bisschen was eingerichtet. Hier sehen wir, was eigentlich auf dem Client oder auf dem Server in dem Fall alles an Software installiert ist. Was ich auch sehr nett finde. Wir sehen hier quasi eine komplette Übersicht. Und wir sehen auch, auf welche Art und Weise es installiert wurde. Nämlich in diesem Fall alles schön brav und sauber über dpkg. Auch hier an der Stelle wieder die Möglichkeit, einen Quick-Alarm zu setzen, um zum Beispiel zu sagen, hey, gib mir doch bitte einen Alarm bei allen Linux-Hosts, auf denen Wim nicht installiert ist. Oder gib mir einen Alarm, wenn irgendein wahnsinniger Emacs installiert. Solche Sachen sind natürlich möglich. So, Autostarts konnten wir hier jetzt nichts finden. Aber hier werden dann zum Beispiel Skripte angezeigt, die automatisch beim Start des Systems ausgeführt werden. Dienste hatten wir uns schon angeschaut. Schauen wir mal, was wir unten haben. Das sind tatsächlich zwei, die aus sind. Verbindungen zeigt uns quasi eine simple Übersicht von NetStart an. Hier auch wieder der Vorteil, dass ich mir eine Quick-Alarm setzen kann, wenn zum Beispiel der Datenbank-Server nicht mehr auf diesem Port lauscht. Dann kann ich mich darüber informieren lassen. Prozesse, klar, wie sollte das anders sein? Es ist einfach eine Übersicht der laufenden Prozesse auf dem System. Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, sie zum einen zu beenden, aber auch mit dem Quick-Alarm zu setzen. Eine Konfiguration finden wir hier an der Stelle noch nicht, weil wir die an anderer Stelle erst definieren müssen. Deswegen springen wir da jetzt mal drüber. Sicherheitslücken hatte ich vorher schon mal gezeigt. Das ist einfach hier die Übersicht an Schwachstellen, die für dieses System gefunden wurden. Und für den Fall, dass hier ein False Positive drin wäre, könnte ich auch einfach sagen, manuell beheben. Das ist quasi erledigt, auch wenn er das hier weiterhin finden würde. System-Events haben wir an der Stelle auch noch nicht, weil wir das auch separat noch mal aktivieren müssten. Ganz genauso wie Netzwerk-Anomalien. Die zeige ich dann auch in der On-Premise-Version. Was wir jetzt aber an der Stelle mal machen können, ist hier unter Updates die Funktion zu nutzen. Diese Pakete, da können wir tatsächlich einfach mal auf alle gehen, einfach zu aktualisieren. Wunderbar. Update ausführen. Und damit sollten einige der Sicherheitslücken auch schon geschlossen werden. Da sehen wir es. OS-Update. Das ist jetzt unter Jobs gelistet. Wir können quasi immer auch nachschauen, was denn eigentlich in dem System passiert ist. Unter Einstellungen sehen wir noch ein paar Settings, die wir dem Host mitgeben können. Zum einen können wir hier Tags definieren, über die wir dann später wieder Sachen zuweisen können, wie zum Beispiel Alarme oder irgendwelche Konfigurationen, die dem Host zutreffen müssen. Wir haben hier die Verantwortlichkeiten, die wir festlegen können. In dem Fall kann das nur ich sein, weil ich der einzige User bin in dem System. Aber hätte ich mehrere Kollegen, die ich dort eingetragen habe, könnte ich zum Beispiel sagen, für den Datenbank-Server ist der Datenbank-Admin zuständig. Und wenn da was passiert, soll der eine Info bekommen. Hier können wir noch allgemeine Informationen, wie Standort eintragen, erweiterte Einstellungen, also erweiterte Dienstüberwachung, Benutzer definierte Plugins. Ganz wichtig, wenn man die Kastenmetriken hernehmen möchte, dann muss man hier erlauben, dass auf diesem Host Benutzer definierte Plugins ausgeführt werden. Sicherheitsrelevante Ereignisse mitschneiden, das ist quasi, dass der Agent in die Logs schauen darf und dort sicherheitsrelevante Ereignisse rausziehen und dann natürlich auch hier melden darf. Auto-Update ist im Endeffekt das, was wir gerade schon gemacht haben, nur halt wie der Name sagt, automatisiert. Und ähnlich wie man es von Unattended Upgrades unter Ubuntu zum Beispiel kennt oder auch Debian, haben wir hier die Möglichkeit, nur sicherheitsrelevante Updates installieren zu lassen und auch das System automatisch neu zu starten, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich das selber in Form von Unattended Upgrades auf vielen Servern von mir verwende. Netzwerkmitschnitt, klar, wie der Name sagt, erlaubt dem Host oder dem Agent auf dem Host, das Netzwerk mitzuschneiden. Das wird dann zum Beispiel gebraucht, um hier diese Netzwerkanomalien zu erkennen. Hier haben wir noch die Möglichkeit, unsere Ports zu erstellen. Das können wir hier einfach mal machen lassen und dann später einen Blick reinwerfen. Da kriegen wir einfach eine Übersicht über die ganzen Informationen, die zu diesem Host gesammelt worden sind. Da, der ist sogar schon fertig. Können wir einfach mal öffnen und einen schnellen Blick reinwerfen. Das ist natürlich vertraulich, weil da Informationen zur Sicherheit von dem Host drin sind. Und hier ist einfach noch mal alles schön übersichtlich in einem PDF zusammengepasst, inklusive der Metriken für den aktuellen Zeitraum. Konfigurationen, welche wir aktuell nicht definiert haben. Die Schwachstellen, die gefunden wurden, inklusive der, die auch schon geschlossen wurden. Die Netzwerkanomalien, da haben wir natürlich hier jetzt noch keine. Updates, die noch ausstehend sind, inklusive dem Impact natürlich. Und das war auch schon der ganze Bericht. Das ist natürlich gerade für jemand, der einfach nur immer wieder mal einen Überblick bekommen möchte zu einem bestimmten Host oder auch zu dem ganzen Netzwerk, einfach sehr praktisch, dass man hier diese Berichte einfach weitergeben kann, ohne dass jemand voll Zugriff zu dem ganzen System tatsächlich braucht. An der Stelle möchte ich die Cloud-Variante jetzt hinter uns lassen und wir werfen einen Blick in EngineSight, das bei mir on-premise installiert ist. Da sieht man, es ist schon ein bisschen mehr passiert. Nicht unglaublich viel, aber in dem System ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr zum Anschauen. Gehen wir hier mal auf Hosts, da haben wir drei Stück. Da haben wir hier einen Windows-Host, den ich tatsächlich auch mal getestet habe. Können wir mal schauen, was hier rot in den Diensten ist. Maps Broker und Edge Update ist stopped. Das ist natürlich eigentlich nicht gut. Da könnte ich mir auch natürlich einen Alarm setzen, wenn ich das wollte. Verbindungen haben wir hier wesentlich mehr als unter den Linux-Servern. Das hat auch ein Windows-System. Und hier haben wir die Konfigurations-Checkliste, sprich von den standard empfohlenen Konfigurationen, was hier alles nicht konform ist mit dem System. Das kann ich natürlich durch diese Listen, die ich vorher schon genannt hatte, auch selbst definieren, was mein System eigentlich alles haben soll. Also ich muss nicht diese Standardlisten verwenden, die hier angewendet werden. Aber das ist schon ganz nett, dass wir hier haufenweise quasi Sicherheitskonfigurationen haben, die Vorschläge geben, um das System sicherer zu machen. Die sind nicht immer perfekt. Hier zum Beispiel der allererste gleich. Local Volumes must be formatted using NTFS. Das hatte ich mir tatsächlich ein bisschen angeschaut, weil ich mich gewundert hatte, warum auf meiner Windows 10 VM ein Speichermedium mit einem Laufwerksbuchstaben nicht in NTFS formatiert ist. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das eigentlich nur die C-Platte hat, bis ich dann herausgefunden habe, dass auf dem System noch die ISO eingebunden war und als DVD damit quasi hier verstößt. Fand ich ein bisschen schräg, dass das dann gleich ein High-Security-Problem ist. Kann ich aber natürlich auch hier einfach sagen, ist mir egal, ist behoben mit der Stelle oder ich könnte einfach die Liste anpassen, die sagt, dass alle Systeme dieser Einstellung hier entsprechen müssen. Gehen wir nochmal zurück auf die Hosts-Übersicht. Hier haben wir nämlich noch zwei weitere. Einmal den Engine-Site-App-Server selbst, der bei mir hier lokal läuft und einmal einfach einen Web-Server. Schauen wir mal da noch ganz kurz rein in den Web-Server und zwar unter Custom-Metriken. Da haben wir nämlich was, was ich tatsächlich einfach schon mal angelegt habe. Das ist so ein bisschen einfach die Frage, wie viel Memory haben wir hier auf dem System noch frei in Prozent. Das sind hier noch ausreichend, also da sind wir noch nicht an der Grenze. und hier haben wir quasi einfach die Load von dem System. Da sehen wir, es gibt so ein paar Spitzen, wo die Load immer wieder mal hoch geht, aber alles in allem ist das System recht untätig. Bei dem System haben wir tatsächlich noch zwei weitere sehr interessante Sachen. Das ist nämlich ein Web-Server, der öffentlich im Netz erreichbar ist. Das ist die Willkommensseite für die Capture Flag und zum einen haben wir hier zwei Sicherheitslücken, die ich noch nicht behoben habe, weil das System auch schon eine Zeit lang jetzt nicht mehr aktualisiert worden ist mit Absicht für diesen Test hier. Aber, und das fand ich viel interessanter noch, wir haben hier tatsächlich Netzwerkanomalien gefunden, weil dieses System tatsächlich unter Angriff steht. Und seit ich das letzte Mal reingeschaut habe, sind da tatsächlich wieder zugekommen. Man sieht ja auch so ein bisschen, wie der Trend ist und ich kann hier jetzt zum Beispiel beim Filter sagen, zeig mir doch mal alle an, die hoch sind und dann sehe ich hier genau, was für ein Angriff da eigentlich versucht worden ist. Hier auf der linken Seite sieht man noch ein bisschen, in welchem Stadium sich der Angriff befindet. Das heißt, es handelt sich hier nicht mehr um Service-Scanning oder Information-Gathering, sondern das ist tatsächlich der Versuch, hier irgendwie Zugriff zu erlangen. Wenn wir dann mal hier schauen, was davor passiert ist, Service-Scanning, das wäre quasi diese Phase hier davor. Da hat jemand versucht, die ganzen SSL-Cypher zu enumerieren. Gehen wir nochmal zurück. Der Großteil der Angriffe, die hier aber erkannt werden, sind ganz einfach die klassischen Scans, die jeden Tag auf Systeme im Internet gefahren werden. Gehen wir nochmal ganz kurz zu den Custom-Metriken. Hier stellt sich nämlich auch die Frage, wie können denn die eigentlich eingespielt werden? Dafür müssen wir in die allgemeine Host-Übersicht. Ein Plugin können wir uns hier einfach anlegen, neues Plugin erstellen und dann können wir hier aus Vorlagen auswählen, was wir dann am liebsten nehmen wollen. Ich hatte hier einfach die Vorlage in Bash genommen. Dann kriegt man dieses kleine Skript und anstatt ein komplett neues anzulegen, können wir das mal nochmal löschen. Widerruflich löschen. Schauen wir uns einfach mal hier zum Beispiel diesen Teil hier an und da sehen wir einfach, das ist der Befehl, der hier ausgegeben wird. Da hatte ich mich einfach ein bisschen gespielt. Das hat jetzt keine große Bedeutung, dieser Check, sondern ich wollte einfach nur schauen, wie kann ich einen Check, den ich definiere, nach meinen eigenen Regeln in dieses System reinbringen und das ist wirklich recht easy. Der Wert, der am Schluss rauskommen muss, muss einfach nur hier in diese Variable geschrieben werden und das wird dann hier als Metrik an das System übergeben. Dann kann ich hier einen Con-Job festlegen. Zum einen auf welche Hosts, in dem Fall alle Linux-Hosts und zum anderen, wie oft der ausgeführt werden soll. Da sehen wir nochmal eine Übersicht von den ganzen Jobs, die schon gemacht worden sind und das, was man hier definiert, taucht dann bei den entsprechenden Hosts unter Custom-Metriken eben genau hier auf. Ein Punkt, den ich an der Stelle anmerken muss, ist, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme rauszufinden, warum hier nichts angezeigt wird und das war einfach deswegen, weil der Teil hier so wahnsinnig klein war, dass er einfach nicht sichtbar war und man hier erst so ein bisschen reinzoomen musste, dass man dann sieht, ah, okay, die Metrik funktioniert, der Check funktioniert, ich kriege hier Informationen. Es ist nur so, dass ich das in dem großen Zoom hier bei Default nicht sehe, weil es einfach zwei Tage auseinander ist. Soweit zum Monitoring. Es gibt noch einen Punkt, den ich in diesem Video ansprechen möchte, bevor wir noch die Installation und das Update von der On-Premise-Version anreißen und das ist Discoveries. Es gibt an sich drei unterschiedliche Arten von Service Agent. Es gibt die Watch Dogs, die sollen quasi Asset Discovery machen, die sollen Systeme in dem Netzwerk finden, aufdecken, damit man die dann hier einfach ins Monitoring übernehmen kann. Da sehen wir hier zum Beispiel in der Asset Map, das ist das CTF Lab, da sehen wir so die unterschiedlichen Systeme, die hier alle gefunden worden sind und auch wie das Netzwerk heißt. Wir können hier in dem Inventar die ganzen verschiedenen Systeme uns anschauen und können auch hier zum Beispiel sagen, mach doch bitte mal einen Port-Check. Das ist alles hier quasi unter der Asset Discovery möglich und diesen Watchdog müssen wir erst installieren und der kann einfach auf jedem Linux-Server installiert werden, genauso wie das mit dem Agent ist. Einfach hier das Skript kopieren und dann ausführen. Dafür hatte ich mir hier die ES-OBS-VM im Netzwerk installiert. Das macht es auch ganz einfach in der Cloud-Version einen Watchdog woanders zu installieren und quasi ein internes Netzwerk mit diesem Asset Manager zu enumerieren und somit quasi die internen Assets in der Cloud auch übersichtlich darzustellen. Um die Installation zu zeigen, muss ich hier kurz auf ein schon vorbereitetes Video zurückgreifen. Hier sieht man, wie ich die Setup-Datei einfach ausführe. Da bekommt man ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, wo der MongoDB-Server läuft. In dem Fall hatte ich es den Leuten von EngineSight ein bisschen schwierig gemacht. Wir hatten die MongoDB-Datenbank auf einen eigenen Host gepackt, einfach weil ich ein bisschen neugierig war. Und trotz der Probleme, die ich den Leuten von EngineSight unabsichtlich vor die Füße gelegt habe, haben sie die Installation doch mit Bravour bestanden. Das waren zum Beispiel auch so Sachen, dass ich hier eine Poxmox-Umgebung habe, was bisher bei keinem Kunden der Fall war. Nichtsdestotrotz, die Leute haben wirklich Ahnung von dem Setup und konnten auch diese neuen Probleme beseitigen. Wir sehen jetzt hier einfach kurz die Setup-Optionen, quasi die URL, worunter die Web-Anwendung und auch die API erreichbar sind. Die müssen wir hier festlegen, um die Installation zu starten. Und der Rest läuft hier tatsächlich mehr oder minder automatisch durch. Das alles ist als Docker-Container vorbereitet und man muss hier gar nicht viel selbst Hand anlegen. Die Aktualisierung von dem System zu einem späteren Zeitpunkt dann lief ähnlich ab. Hier habe ich eine Information bekommen oder eine Liste an aktuellen Versionen und alles, was ich tun musste, war in dieser Datei die Versionen entsprechend ersetzen durch die neuen Strings und dann einfach die Setup-Datei nochmal ausführen. Für die meisten On-Premise-Installationen ist das Setup sogar noch einfacher. Der Hintergrund, warum hier teilweise Hand angelegt werden musste, war einfach dem zu schulden, dass ich ein sogenanntes Custom-Setup habe, sprich zum Beispiel der getrennte Datenbank-Server etc. Ja, das war es für heute. So viel zum ersten Teil von Engine-Site. Es gibt natürlich noch weitere Bereiche, die wir noch ankratzen wollen und zwar vor allem den Observer, also das Monitoring von zum Beispiel Webseiten und Hector, sprich das interne und externe automatisierte Penetration-Testing. Dazu dann mehr im nächsten Video. Ich hoffe, ich habe euch soweit schon mal ein bisschen einen Eindruck von Engine-Site vermitteln können und natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, abonniert den Channel und unseren Newsletter, damit ihr nichts verpasst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.